So, da krempel ich mir doch glatt mal die Arme nach oben, denn wie von euch in einer unserer letzten Livestreams angesprochen, kommt hier das versprochene Video zum Thema Stickmaschine reinigen. Und mit diesen einleitenden Worten sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem Make-Ma-YouTube-Kanal. Zunächst einmal vorweg, ich bin kein gelernter Näh- und Stickmaschinen-Mechaniker. Und alle Tipps, die ich hier gleich präsentiere, basieren auf Grundlage eigener Erfahrung, aber eben auch aus dem Austausch mit anderen Profis aus dem Stickmaschinen-Bereich und natürlich nicht zuletzt aus anderen YouTube-Videos, die inhaltlich qualitativ sehr unterschiedlich sind. Aber ein Video, das ich euch definitiv empfehlen kann, wenn es um das Reinigen mechanischer Nähmaschinen geht, ist von Anna, von Einfach Nähen. Den Link dazu findest du hier oben. Maren und ich waren nämlich selber schon im Livestream von Anna und haben damals genäht und gestickt und die Fragen zum Thema Maschinensticken waren doch alle sehr überraschend viele und wir haben da fleißig beantwortet. Vielleicht erinnerst du dich sogar an den Livestream, dann schreib das doch unten in die Kommentare. So, was brauchst du, um deine Näh- und Stick-Stick-Stickmaschine zu reinigen? Ich habe hier mal ein bisschen was hingelegt und stelle das jetzt einmal vor, bevor du losrennst, einen Zell- und Stift holst und mitschreibst. Ich habe die ganzen Utensilien, die du benötigst, um deine Näh- und Stickmaschine zu reinigen, auch in die Inhaltsbeschreibung unter das Video geschrieben. Also, du kannst einfach jetzt weiter zuschauen. Beginnen wir mit, ich sage mal, mit einem Lappen. Staub und fettfrei, also kein Lappen nehmen, mit dem du gerade noch dein Fahrrad sauber gemacht hast. Das sollte im Idealfall gerade aus der Waschmaschine kommen und genau, sowas bereitlegen. Ich nutze zusätzlich noch so ein kleines Brillentuch dabei, weil damit kommt man in kleinere Ecken noch ein bisschen besser rein, als mit so einem größeren, gröberen Lappen. Dann ganz normales Haushaltsöl. Ich meine, ich mache das schon ein bisschen länger. Man sieht, wie viel oder wenig ich davon mittlerweile jetzt schon verbraucht habe. Es gibt natürlich im Fachhandel auch explizit und extra Nähmaschinenöl. Ob es einen Unterschied gibt, wahrscheinlich wird jetzt der ein oder andere in die Kommentare hacken und sagen, auf gar keinen Fall Haushaltsöl funktioniert bei mir. Und bei mir war mit einer Ausnahme noch nie eine Maschine in der Reparatur. Stecknadeln, wenn wir eventuell, also das werden wir auf jeden Fall machen, da sage ich auch gleich noch ein bisschen was zu, die Maschine öffnen. Im oberen Bereich, im Fadenverlaufsbereich, dafür brauche ich eigentlich nur eine Stecknadel. Dann einen Schlitzdreher, also einen ganz normalen Schraubenzieher, der bei den Maschinen dabei ist. Das ist immer relativ kurz und lässt sich nicht sonderlich gut greifen. Deswegen habe ich mir so einen aus dem Baumarkt organisiert. Und ein Pinsel, der war jetzt bei der Husqvarna Viking bereits dabei. Ansonsten kannst du auch aus dem Bastelbedarf einfach einen ganz normalen Pinsel nehmen und den verwenden nicht zu weich, weil sonst kriegt man Sachen, also Dreck nicht so richtig gelöst. Was das auf der Rückseite hier ist, ich habe keine Ahnung, irgendein Werkzeug, um noch irgendwas zu pieksen. Das ist auf jeden Fall praktisch. So einen flachen Schlitzdreher, so einen ganz, ganz kleinen, wenn der bei deiner Maschine dabei ist, dann hast du wahrscheinlich eine Stichplatte, die sich mit so einem Schraubendreher öffnen lässt. Was auch noch wichtig ist und überraschend, ihr kennt das vielleicht aus dem Video von Anna von Einfach Nähen bereits, das hier ist Zahnseide. Und zwar nehmt mal nicht die gute Gewachse von Oral-B, sondern nehmt die Floss von DM. Also Hersteller ist eigentlich ziemlich egal, aber das ist die Zahnseide, die ich tatsächlich auch zum Reinigen meiner Zähne verwende. Und Floss funktioniert so, sobald das mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, dann quillt das auf und man kann zwischen Räumen, nicht nur zwischen den Zähnen, sondern auch im Fadenbereich hier oben besser reinigen. Also keine Gewachste nehmen. Druckluftspray oder Spray. Kein Must-Have, weil es ja auch immer eine Umweltfrage ist, so eine Dose. Nicht zu vergessen, auch um eine gute Gewährleistung, Stickgewährleistung, Nähgewährleistung eurer Maschine sicherzustellen, wechselt doch einfach mal auch die Nadel. Selbst wenn sie nicht abgebrochen ist, das ist nicht der einzige Grund, so eine Nadel zu wechseln, sondern wenn sie irgendwann mal stumpf ist und man merkt das auch nicht wirklich. Also man kann manchmal, wenn sie richtig stumpf ist, mit dem Finger drüber gehen, auf der unteren Seite und spüren, oh ja, die ist ja gar nicht mehr so spitz wie eine neue Nadel. Die haben wir bei uns im Zubehör. Kann ich dir nur raten, hin und wieder diese Nadel, gerade wenn du viel gestickt hast, mal wieder auszuwechseln. Es ist im Übrigen vollkommen egal, ob du eine Husqvarna Viking, eine Bernina, ob du eine V6 oder eine Brother Maschine hast oder welches Modell auch immer. Die sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Aber noch ein relativ wichtiger Hinweis, alles was ich dir hier zeige, passiert auf eigene Gefahr. Wenn du dir unsicher bist, ob du deiner Maschine möglicherweise schadest, dann such echt lieber eine Fachwerkstatt auf. Mein Vater sagt immer, nach Fest kommt kaputt, gerade wenn du mit einem Schraubenzieher irgendwas befestigst oder irgendwas versuchst mit Gewalt reinzudrücken. Kaputt machen geht also immer, reparieren kostet dann aber doch mehr Geld als eine professionelle Reinigung. Und deswegen schau doch erstmal zu. Und ich räume mal alles beiseite und wir machen das Ganze mit der V3. Bevor du anfängst, Stromstecker ziehen und am besten ganz weit weglegen, dass du nicht in Versuchung kommst, die Maschine, während du mit deinen Fingern daran arbeitest, anzuschalten. Und schauen wir uns zuallererst mal den unteren Bereich deiner Stickmaschine an. Entferne hier unten erstmal die Abdeckung der Unterspule und dann nimmst du auch gleich die Unterspule heraus. Sollte deine Stichplatte mit Schrauben befestigt sein, dann nimmst du den beiliegenden flachen Schlitzdreher und entfernst die Schlitzschrauben vorsichtig. Leg dir auf jeden Fall alle Teile, die du verwendest, in der ausgebauten Reihenfolge hintereinander, sodass du beim späteren Zusammenbau nichts vergisst. So, nun kannst du die Stichplatte entfernen. Das ist bei der V3 sind es sogar zwei Teile, die kann man so auseinanderziehen. Sollte deine Stichplatte an deiner Maschine keine Schrauben haben, dann schau doch einmal in die Bedienungsanleitung nach, wie diese entfernt wird. Bei Husqvarna Viking legst du so einen Schraubenzieher einfach, Moment, wo haben wir ihn? Hier legst du einen Schraubenzieher einfach an einer Ecke der Stichplatte an und hebelst die Stichplatte dann nach oben. Nun kannst du nämlich die Stickspulenkapsel herausnehmen und mit einem Pinsel kannst du dann einfach Schmutz und Staub lösen. Nimm auf gar keinen Fall einen Staubsauger, da der echt ein bisschen zu stark ist und sich Teile lösen könnten. Besser ist Druckluft oder wie ich eben schon gesagt habe, irgendwas zum Pusten, um eben den Staub aus deiner Maschine zu pusten. Genau. Wenn dann alles sauber ist, kommt das Öl zum Einsatz. Fette lediglich die Stickspulenkapsel. Wo ist sie hier? Leicht außen mit dem Finger, um besonders reibungsfreien und besseren Lauf zu ermöglichen. Und wenn man jetzt sich einmal anschaut, was passiert, wenn ich hier am äußeren Rad drehe, dann siehst du, dass die Stickspulenkapsel würde immer gleich an der gleichen Stelle bleiben und nur die Spule unten dreht sich einmal darum. Und das sollte besonders gut laufen. Wenn du dann den unteren Bereich deiner Näh- oder Stickmaschine perfekt gereinigt hast und auch die Stickspulenkapsel leicht gefettet hast, nicht zu doll, dann baue einfach alles in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen. In der Ruhe liegt die Kraft und nichts geht mit Gewalt. Wenn du das Gefühl hast, dass Garn- und Staubablagerungen in den Fadenwegen die Führung des Obergarns beeinträchtigen, dann kommt nun die Zahnseide, und zwar die richtige, zum Einsatz. Diese hier. Also das Floss. Achte darauf, dass du ungewachste Zahnseide verwendest. Ich verwende, wie gesagt, dieses Flossgarn, das in Verbindung mit Feuchtigkeit etwas aufquillt. Und im Übrigen ist es in meinen Augen die beste Zahnseide für die Zähne. Fahre also nun einfach mit der Zahnseide in Laufrichtung des Garns ein paar Mal durch die Fadenführung, um Garnreste zu entfernen. Und auch, wie ich eben schon gesagt habe, ist die Nadel ein Verschleißteil. Diese solltest du von Zeit zu Zeit, gerade nach vielen Stickarbeiten, immer mal wieder wechseln, da die Nadel stumpf wird. Also nicht erst, wenn die Nadel abbricht. Obwohl, die meisten, glaube ich, wechseln die Nadeln immer erst, wenn es abbricht. Nun werde ich zum Schluss die Maschine öffnen, um die Fadenwege und den Hub, also das, was immer hoch und runter geht, zu überprüfen. Lass dir gesagt sein, dass du dabei eventuelle Garantie und Gewährleistungsansprüche verlieren kannst. Also nur im äußersten Notfall machen oder wenn du dir sicher bist, was du so tust. Nadeln sind rausgefallen. Ich mache das jetzt hier einmal am Beispiel der V3. Zunächst einmal entferne den Staubschutzdeckel, einfach hoch und nach oben hin abziehen. Hast du noch nicht gesehen? Jetzt weißt du, dass du diesen auch abnehmen kannst. Das solltest du allerdings dran lassen, denn der Staubschutzdeckel, wie der Name schon sagt, schützt deine V3 vor Staub. Und wenn du etwas aus Stoff hast oder ein Hardcover zum drüberstülpen, nutze auf jeden Fall das immer, wenn die Maschinen rumstehen, damit sich hier oben kein Staub in den verschiedenen Fadenwegen ablagern. So, jetzt nehme ich mir eine Stecknadel zur Hilfe. Dafür sind die da. Und entferne die Abdeckungen der Schrauben. Also wenn du dich schon gefragt hast, was das hier seitlich ist oder auch hier oben, da gehst du einfach rein mit der Nadel und kannst diese Abdeckungen der Schrauben entfernen. Und nimmst dir dann ein Kreuz- oder Schlitzschraubenzieher und entfernst die Schrauben gleich mit. So, die Schrauben, das sind letztlich für diesen Deckel drei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Und für diesen vorderen Part ist es lediglich eine. Also wenn du hier vorne die Schraube löst, bei der Maschine kannst du diesen Deckel einfach nach vorne wegnehmen. Das ist allerdings ein Bereich, wo ich selten rein muss, weil hier alles in Ordnung ist. Man kann dann allerdings sich einmal anschauen, wie das da oben so aussieht und funktioniert, aber dann auch gleich schnell wieder zu. Hier hatte ich schon mal den Fall, dass sich Garnreste verfangen hatten und zwar im Hub. Und den Hub kann man besonders gut sehen, wenn man hier seitlich am Rad dreht und dann sieht man, wie dieser Hub hier vorne hoch und runter geht. Und da können sich schon mal Fäden drin verfangen und die kannst du am besten mit einer Pinzette dann rausnehmen. Genau, ja. Also überprüfe einmal vielleicht sogar mit Zahnseide nochmal den Weg, den du entlang gehst und schaust, ob du irgendwas noch an Garnresten hast, die du hiermit oder Staub, das du entfernen kannst. Was ich dir nicht empfehle, ist hier oben zu ölen. Das würde ich auf jeden Fall immer einem Fachmann überlassen. Warum solltest du jetzt einfach ganz normales Maschinen- oder Haushaltsöl hier oben verwenden? Dann wunderst du dich später über die vielen kleinen Fettflecken, die du auf deinem genähten oder bestickten Stoff hast und deswegen hier oben selber kein Fett verwenden, außer du weißt, was du tust. Fett kommt lediglich unten in den Bereich um die Stickspulenkapsel rein. Nun baust du einfach alles rückwärts wieder zusammen und ich hoffe, dir mit meinen Tipps zum Reinigen deiner Stick- bzw. Nähmaschine geholfen zu haben. Gib doch gerne einen Daumen nach oben und wenn du weitere Videos zum Thema Nähen und Sticken von uns sehen möchtest, dann freue ich mich über ein kostenloses Abo von dir. Jeden zweiten Mittwoch um 20.15 Uhr streamen Marit und ich über uns live auf unserem Kanal. Schau doch gerne mal vorbei, bleib kreativ, ciao.